Hey, Internet und YouTube. Muss ich zurück? Jetzt hat es mich aber erschreckt. Gott, Gott, gut für Sie. Ich wollte nämlich gerade anfangen, gemeint zu werden. Oh mein Gott! Schön runterfallen. Gut, komm. Wer schneller? Verdammt. Wir können hier nicht weiter. Oh. Hallen die, hallo? Ja, die Hölle. Nimm das. Und? Okay, okay, okay. Ja, 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 go, go, go. Wo ist es hin? Nachladen, ist klar. Bist du traurig? Hast du den Zug? Oh, hast du den Zug verpasst? Okay. Sorry, das war gemein. Du stehst mir weg. Oh. Gut, mach's doch schon. Du kriegst diesen Moment ein, Bravo-6. Sorry. Boah, hey. Dies ist ein Zutat. Gut, das Timing, Leute. Überwesen ins der Station. Der Truck ist fast hier. Kommt besser nach oben. Geh's, ihr Mann. Dies ist ein Zutat. Der Piggadilla-Line nach Tuckforsters. Damit haben wir diese ganze Festnahme-Prozedur erledigt. Nur Papierkram. Glaubt mir, Leute. Alle Teams Achtung. Der Truck kommt auf euch zu. Und zwar schreit. Es gab hier nichts zu sehen. Alles in Ordnung. Bitte gehen Sie weiter. Es gab hier absolut nichts zu sehen. Alles in Ordnung. Will jeder von euch telefonieren? Das geht jetzt leider nicht. Oh oh. Ach, sorry. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Oh mein Gott. Hey, wie geht's? Hey. Oh mein Gott. Erlächelt. Erlächelt. Alles gut. Hey, Familienurlaub. Hey. Heute ist Tag 3 in London. Und wir sind auf dem Weg zu... Ah, Sarah. Sag du doch, Daddy, wo es hingeht. Wir gehen zum Big Ben. Genau, Big Ben. Oh, da ist der Schätzchen. Da drüben. Schatz, hast du das? Na los, komm näher. Was passiert jetzt? Wir haben Paranormal Activity. Oh mein Gott, halt doch die Kamera ruhig. Schatz, du verpasst was. Ich glaube, mir steckt eine Kugel... ... im Rücken. Wahrscheinlich. Ich... ... mir wird schlecht. Schatz, du verpasst was. Ach so, ich muss gehen. Nein. Sorry. Das ist ja intaktiv. Hier bin ich, Daddy. Oh, Gott, was für ein nerviges Kind wir haben. Bist du sicher, dass es meins ist? Sie ist nicht meine... Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Diese verdammten Vögel. Um 6.22 Uhr britischer Zeit ereigneten sich mehrere chemische Angriffe in ganz Europa. Ich wiederhole. Downing Street liegt im Kontaminationsradius. Over. Schon jetzt gilt es als schlimmster Terrorakt der Geschichte. Ihre GLGN abbasiert. Meine Leute sind tot oder sterben. Ich habe Gas eingeatmet. Herr Rammstein, wir werden angegriffen. Roger, wir wissen vom Gasangriff und schicken Dekontaminierungseinheiten. Kein Gas. Uns greift hier russische Brudentruppen an. Bitte bestätigen, Rammstein. Russische Brudentruppen... Die ganze russische Armee fordert sofort die Unterstützung. ...berichten Augenzeugen von russischen Panzern auf der Champs-Elysées. Das war kein Terrorakt. Die Angriffe sollten unsere Verteidigung zerschlagen und eine Invasion vorbereiten. Wir müssen Sie mit allem angreifen, was wir haben. Sir, wir haben Kontakt zur Delegation in Hamburg verloren. Metal 01, hier Overlog. Sie werden nach Hamburg umgeleitet. Wir müssen eine hochrangige Geisel retten. Wer ist es? Der Vizepräsident. Na gut, auf der anderen Seite ist er nur Vize. Ich meine... Oh, right. Oh, tschüss. Der Vizepräsident. Der Vizepräsident. Durchrufen. Wir brauchen einen Rettungspobel und einen M1-A-Wenns-Winning bei dem E-Wild. Rappdotswunen leert sich. Noch 30 Sekunden. Roger. Rappdotswunen unterwegs. Rappdotswunen 6. Hochschul-Narm besitzt. E-Mail-Nandeschleife. Der Vizepräsident. Der Vizepräsident. Der Vizepräsident. Der Vizepräsident. Der Vizepräsident. Der Vizepräsident. Hoh-ho-okay. Jetzt fühle ich mich besser. Hoh-ho-ho-ho. Oho, puff! Wo ist mein Folgenpunkt? Dein Panzerbleib? Wo ist mein... Du kannst nicht draufgehen. Ich muss dir folgen. Komm wieder zu dir. Oh Gott. Okay. Wer schießt hier auf mich? Von den tausend Leuten hier? Hey, Mr. Sandman. Ihr Jungs müsst vor Auskunft schaffen und sicher gehen, dass wir weiter können. Verstanden? Wir machen einen Weg frei. Alles klar, Rhino-Eins. Wir nehmen die rechte Flanke. Nehmen wir das wirklich? Okay. Ich geh nach rechts! Nimm das! An die rechte Flanke! Oh, shit. Was denn? Was? Was? Ein Mann, der nicht bereit ist. Setz ja Rauch ein. Für etwas zu sterben. Ihr Jungs müsst vor Auskunft schaffen und sicher gehen, dass wir weiter können. Wird ewig leben. Verstanden! Wir machen einen Weg frei! Das ist so geschüttelt. Alles klar, Rhino-Eins. Wir nehmen die rechte Flanke. Wer war das von euch? Wer hat mich... Oh mein Gott. Ich geh nach rechts! Was ist rechte Flanke hier? Ah, hier ist die Metroanzeige. Und tschüss. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Puh. Puh. Wir kämpfen uns langsam vor. Langsam, 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 langsam. Easy, easy. Weg hier. Weg. Viel Spaß damit. Du. Und? Oh, komm. Passt auf, wo ihr hinschießt. Ich bin unterwegs. Shut up. Ich bin der Einzige, der hier noch unterwegs ist. Adios, adios, adios. Ich kann jetzt nicht weg. Verdammt nochmal. Ich bin der Einzige, die hier hinten sitzen und Bewegung rufen. Also diese Granaten. Also diese Granaten. Entweder. Töffe ich nichts, was nicht sein kann? Hey. Und ich sehe sie nicht zwischen Dutzend anderen Explosions. Wer? Wo? Was? Wo? Wo? Ein explodierendes Fahrzeug. Oh mein Gott. Wieso explodieren ein Fahrzeug? Oh, shut up. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.